Die Rieslingenspätlese Feinherb ist für uns die höchste Qualität von den feinherben Rieslingen. Dafür verwenden wir ganz alte, wurzelechte Reben. Das heißt, sie stammen aus den 20er Jahren. Dort ernten wir vollreife, goldgelbe Trauben, die wir als ganze Trauben auf die Presse bringen und dort abpressen. Ausgebaut durch die Spätlese in einem Holzfuderfass, das hält 1000 Liter. Dort vergären wir den Wein spontan, was man auch ganz deutlich im Charakter spürt. In der Nase haben wir ganz viel reife Bananen, etwas Feuerstein. Im Geschmack haben wir ganz viel Saft und eine spürbare Säure, die dem Wein eine schöne, frische und Lebendigkeit verleiht. Absolut. Bis zur nächsten Minute. Bis zum nächsten Mal.